Musik Es ist eine echte Schatzinsel, mitten in Berlin. Fünf weltberühmte Museen, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte und ein Ort, an dem eine große Vision gerade Wirklichkeit wird. Musik Herzlich willkommen heute auf der Museumsinsel in Berlin. Seit der Wende, seit über 30 Jahren, wird hier auf der Museumsinsel geplant, renoviert und gebaut. Und noch immer ist kein Ende in Sicht. Denn umgesetzt wird eine gigantische Vision. Aus fünf verschiedenen Museen soll ein großes Museum werden. Ein Weltmuseum der Superlative. Ein deutscher Louvre. Bisher sind die fünf Museen auf der Insel voneinander getrennt. Doch das soll sich nun ändern. Mithilfe der neuen James-Simon-Galerie. Über diese Treppe hier sollen zukünftig etwa fünf Millionen Besucher im Jahr die Museumsinsel betreten. Denn sie führt zur James-Simon-Galerie, das zentrale Puzzlestück, um aus fünf verschiedenen Museen eines zu machen. Dieses Gebäude hier entspricht in etwa dem, was die Glaspyramide im Hof des Louvre ist. Die Glaspyramide im Louvre ist der eine zentrale Eingang in der Mitte des Museums, von dem aus alle Sammlungen unterirdisch miteinander verbunden sind. Das gleiche Prinzip soll es zukünftig auch auf der Museumsinsel geben. Eine unterirdische Promenade wird die Häuser miteinander verbinden. Den Zugang zur Promenade schafft die neue James-Simon-Galerie. Hier befindet sich auch alles, was zu einem Mammutmuseum gehört. Vortragsräume, Shops, WCs, riesige Garderoben und ein Café direkt über der Spree. Bisher ist es für Museumsbesucher in Berlin ja nicht ganz einfach. Es gibt auf der Museumsinsel zwar die alte Nationalgalerie, da sind auch Gemälde drin. Die Gemäldegalerie ist aber nicht auf der Museumsinsel. Es gibt hier ein neues Museum, ein altes Museum und eine alte Nationalgalerie. Die neue Nationalgalerie ist aber auch nicht auf der Museumsinsel. Und dann gibt es hier auf der Museumsinsel die James-Simon-Galerie, die aber überhaupt kein Museum ist. Zeit, hier also ein bisschen Klarheit reinzubringen. Mit dem alten Museum fing es an. 1830 eingeweiht, war es nicht nur das erste Haus auf der Museumsinsel, sondern überhaupt einer der ersten Museumsbauten in Deutschland. Und wer das Museum betritt, den überrascht Architekt Schinkel mit einer majestätischen Kuppel, die von außen niemand vermuten würde. Wo ein altes Museum ist, kann das neue Museum nicht weit sein. Es liegt direkt dahinter und beherbergt das ägyptische Museum mit der zeitlos schönen Nofretete. Und ebenfalls zeitlos schön das Treppenhaus auf dem Weg zu ihr. Tja, und dann gibt es dann noch das Bode-Museum an der Spitze der Museumsinsel. Unter der Kuppel eröffnet sich im Innern ein prunkvoller Eingangssaal mit großartigen Treppen, kunstvollen Geländern, Gold und Marmor. In diesem prachtvollen Rahmen ist die Skulpturensammlung aufbewahrt. Das berühmteste Haus hier auf der Museumsinsel ist das Pergamon-Museum hinter mir. Den Blick werden wir aber nicht mehr lange haben. Hier wird noch ein Gebäudeteil eingebaut, von links nach rechts, sodass die Besuchermassen im Kreis gehen können. Und da, wo der helle Stein ist, wird man wieder ins Gebäude reinkommen. So wird es einmal aussehen, wenn der jetzt noch fehlende Gebäudeflügel den Ehrenhof zur Spree hin abschließt. Das Pergamon-Museum liegt im Zentrum der Museumsinsel und beherbergt die wohl berühmtesten Kunstschätze. Das Markt-Tor von Bled, den antiken Pergamon-Altar und als absoluten Höhepunkt die Prozessionsstraße aus dem legendären Babylon mit dem Ishtar-Tor. Mit ein paar Ziegelstücken im Wüstensand fing alles an. Die Archäologen brachten sie kistenweise nach Berlin und setzten sie wieder zusammen. Seither kann man eintauchen in die Welt Nebukadnezars, der es vor 2600 Jahren erbauen ließ. Ich, Nebukadnezar, legte das Fundament der Tore und ließ sie aus lauterem Blaustein herstellen. So steht es noch immer auf der Inschrift am linken Rand des Tores. Dass das noch heute zu lesen ist, mitten in Berlin, kommt mir immer wie ein kleines Hund davon. Zum Abschluss zeige ich Ihnen das Haus, das mein Liebstes ist hier auf der Museumsinsel, die alte Nationalkalerie. Ein Tempel der Kunst, der auch als Tempel gebaut wurde und der berlinenden Beinamen Spree-Athen einbrachte. Die alte Nationalgalerie liegt ein wenig am Rand der Museumsinsel und zeigt die Malerei des 19. Jahrhunderts. Schätze wie Monet, Max Liebermann und die Malerei der Romantik mit Kaspar David Friedrich. Schon beim Eintreten beeindruckt mich immer wieder das edle Ambiente, das einen umfängt. Weiße Marmortreppen, geräuchertes Eichenparkett, samt bespannte Wände und festliche Kuppeln. Unter den Bildern haben es mir vor allem die Werke von Adolf Menzel angetan. Sie prägen bis heute unser Bild von Friedrich II., den er häufig darstellte. Ganz wunderbar sind auch die kleinen Kabinette, in denen man mit etwas Muße unglaublich viel entdecken kann, wenn man in die Bilderwelten eintaucht. Ich bin nach so einem Tag auf der Museumsinsel immer ganz erschöpft, aber auch sehr glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser Untertitelung des ZDF für funk, 2017